Die Premiere von Leons und Lena. Es hing viel davon ab und wir hatten alle das Gefühl, dass hier was ganz Besonderes passiert. Weltbewegendes, Neues. Und dann ging der Vorhang auf und wir waren auf der Bühne und wir fangen an zu spielen. Und babababam, babababam. Und auf einmal höre ich, wie jemand aus dem Publikum ruft, Nischer, fang mal doch mal an. Jetzt dachte ich natürlich, gehöre ich Spenster, weil es klang wie Jürgen Gosch. Kann er jetzt hier nicht abbrechen und nochmal anfangen? Jetzt überhaupt nicht. Fangen wir einfach, ganz ruhig redet er weiter, wir fangen nochmal an. Ohne Erklärung, ohne alles. Einfach, wir fangen nochmal an. Wir fangen 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 an.